Bevor es jetzt losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, denk daran, dies ist nur unsere persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Wir können nicht für die Vollständigkeit des Inhalts garantieren oder für fehlerhafte Aussagen haften. Du musst dir immer deine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Beachte dazu auch den Disclaimer in der Infobox. Denn unsere Mission ist einfach. Wir wollen dir helfen, eine eigene Meinung zu bilden. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und wir werden diesen gemeinsam finden. Modern Value Investing startet jetzt. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum suchen nur Qualität zum guten Preis. Und heute sprechen wir, ob wir nicht die Batterien in deinem Depot aufladen können, denn wir sprechen heute über Wachter. Wie werden wir vorgehen? Wir schauen uns an das Geschäftsmodell, die Fakten, die News, die verschiedenen Strukturen, betrachten natürlich die Peergroup und schauen uns an, in welchen Segmenten ist das Unternehmen überhaupt tätig und wo werden die Umsätze erzielt. Weiter geht es dann mit wichtigen Kennzahlen, den Aussichten. Wir nehmen eine Einteilung nach Peter Lynch vor und handeln beispielhaft nach dieser. Wir ermitteln den Lebermann, den Petrovski F-Score. Zu guter Letzt gibt es wie immer die Checkliste. Und meine Meinung zum Unternehmen. Also fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Warta ist ein traditionsreicher deutscher Batteriekonzern. Daneben ist Warta auch der Markenname für Waren, die von derzeit oder früher zum Konzern gehörenden Unternehmen hergestellt oder vertrieben werden. Was sind die Fakten? Das Unternehmen wurde 1887 gegründet, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 3,5 Milliarden Euro und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 272 Millionen Euro mit 2256 Mitarbeitern erwirtschaftet. Schauen wir uns die News an und da sehen wir am 7.8. steigt Warta auf einen Rekord hoch. Analysten sehen sogar noch mehr Luft nach oben. Am 3.9. wurde bekannt, dass Warta erneut Kapazitäten ausbauen wird und die Aktie geht hoch auf einen Rekord hoch. Und am 9.9. hat Bärenberg das Kursziel für Warta auf 100 Euro hochgehoben. Schauen wir uns die verschiedenen Strukturen an. Bei der Aktionärstruktur sehen wir Michael Tonja hält 64,6% aller Aktien. Dann kommen natürlich wieder große institutionelle Investoren wie z.B. die Vanguard Group, JP Morgan oder auch DWS. Beim Chart sehen wir folgendes. Hättest du vor einem Jahr 1000 Euro investiert, hättest du eine Rendite erwirtschaftet von 208,68%. Sprich aus deinen 1000 Euro werden in 12 Monaten 3086 Euro. Eine Dividende gibt es nicht, aber man munkelt, dass es nächstes Jahr eine geben soll und ein Aktienrückkaufprogramm gibt es auch nicht. Schauen wir uns die Gesamtkapitalrendite an und sie beträgt bei Warta 6,4%. Und als Peer Group, ich habe nicht wirklich eine Peer Group gefunden. Hast du eine Peer Group oder jemanden in der Peer Group zu Warta, wo du sagst, der hat genau das gleiche oder ein ähnliches Geschäftsmodell? Dann schreib uns das doch gerne in die Kommentare. Schauen wir uns die Segmente an, in denen Warta tätig ist. Warta ist in zwei Segmenten tätig. Micro Batteries, also Mikro Batterien und Power & Energy, also Energie. Wo werden die Umsätze erzielt? Und da sehen wir, Micro Batteries macht 84,1% der Umsätze aus, Power & Energy 15,6%. 49% der Umsätze werden in Europa erzielt, 26,2% in Asien, in der USA 23% und andere Länder 1,8%. Kommen wir zu wichtigen Kennzahlen. Hier betrachten wir die operative Marge, den Free Cashflow, den Buchwert, das Eigenkapital, die Dividende und das KGV und natürlich auch die Aktienanzahl in Millionen. Also, wir sehen, wir hatten im Jahr 2016 bei der operativen Marge ein Low von 6,9% und im Jahr 2018 ein High von 13,6%, macht eine Schwankung von 49%. Durchschnittliche operative Marge der letzten vier Jahre lag bei 10,4%. Der Umsatz konnte ausgebaut werden von 2015 von 195,1 Millionen auf 271,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis konnte verbessert werden von 22,5 auf 36,9. Beim Cashflow je Aktie im Jahr 2016 lag dieser noch bei 82 Cent, jetzt ist er schon bei 1,83 Euro. Durchschnittlicher Free Cashflow 1,04 Euro. Buchwert. Der Buchwert je Aktie im Jahr 2016 lag er noch bei 2,21 Euro, im Jahr 2018 schon bei 6,79 Euro. Durchschnittlicher Buchwert je Aktie 5,01 Euro. Aktienanzahl in Millionen. Durchschnittlich haben wir 35 Millionen Aktien draußen. Aktuell sind es 38,2 Millionen Aktien. Im Jahr 2016 waren es aber noch 29,6 Millionen Aktien, also das Kapital hat sich schon erhöht. Eigen vs. Fremdkapital. Durchschnittliche Eigenkapitalquote 55% im Jahr 2016 lag sie bei 50%. Jetzt wurde sie hochgefahren auf 64%. Bei der Dividende und im KGV sehen wir folgendes. Dividende gibt es noch nicht. Earnings per Share konnte von 2,17 bis auf 2,18 ausgebaut werden, von 55 Cent auf 96 Cent. Und das KGV liegt durchschnittlich bei 48,5,5. Im Vergleich sehen wir folgendes. Operative Marge aktuell 31% über dem Schnitt. Free Cashflow 76% über dem Schnitt. Der Buchwert 36% über dem Schnitt. Eigenkapital 16% über dem Schnitt. Und das KGV erwartet es 9% unter dem Schnitt. Dividende gibt es noch nicht. Was sind die Aussichten? Und da sehen wir Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und sie vermuten eine Dividende je Aktie in Höhe von 30 Cent für das Geschäftsjahr 2019. Sollten diese Schätzungen stimmen, wird der Gewinn zwischen 2,17 und 2,21 um durchschnittlich 27,48% pro Jahr zulegen. Und jetzt haben wir für dich, solltest du die Präsentation runterladen, das Passwort Energie. Geh einfach in den Artikel, der unten in der Infobox steht, ganz unten und du kannst diese Präsentation dir runterladen. Machen wir weiter. Was würde Peter Lynch sagen? Peter Lynch würde sagen, wir haben hier einen Fastgrower. Das heißt, wir haben ein hohes Gewinnwachstum plus eine geringe Dividende. Er würde empfehlen Buy and Hold. Jetzt ermitteln wir den Levermann-Score. Punkt Nummer 1, haben wir einen Small, Mid oder Large Cap. Wir haben einen Large Cap. Dazu gibt es eine Eigenkapitalrendite von 9,75% minus 1 Punkt. EBIT Marge 13,6% 1 Punkt. Punkt Nummer 3, die Eigenkapitalquote 64,58% 1 Punkt. KGV der letzten 3 plus das erwartete KGV der nächsten 2 Jahre 51,6 minus 1 Punkt. KGV fürs aktuelle Jahr 82,4 minus 1 Punkt. Analysten raten mehrheitlich zum Kauf minus 1 Punkt. Reaktion auf die Quartalzahlen 1,2% ging es nach oben, 1 Punkt. Und die Gewinnrevision gab es 7,35% ging sie nach oben, 1 Punkt. Kursverlauf der letzten 6 Monate 55,26% 1 Punkt. Kursverlauf der letzten 12 Monate 208%, 1 Punkt. Eine Trendumkehr haben wir nicht, 0 Punkte. Und verglichen mit dem Index, wir haben keinen Index, in dem wir wirklich gelistet sind, 0 Punkte. Und fürs nächste Jahr rechnen wir analysten mit 46,15% Gewinnwachstum. Macht 1 Punkt, macht so summarum 3 Punkte, was bedeuten würde, halten. Schauen wir uns die Profitabilität, die Finanzierung und natürlich auch die operative Effizienz von Warta an und bündeln all dies in Petrovski F-Score. Punkt Nummer 1, haben wir einen positiven Jahresüberschuss? Ja, das haben wir 1 Punkt. Haben wir einen positiven Cashflow? Ja, das haben wir auch 1 Punkt. Ist die Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie 1 Punkt. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss? Ja, das ist der 1 Punkt. Ist der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert? Ja, das ist der 1 Punkt. Und ist die Liquidität dritten Grades höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht 0 Punkte. Ist die Anzahl der Aktien nicht höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie nicht 1 Punkt. Punkt Nummer 8, ist die Rohmarge höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie 1 Punkt. Und Punkt Nummer 9, ist der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? Nein, ist er nicht. Summa summarum kommen wir auf 7 von 9 möglichen Punkten. Schauen wir uns die Checkliste an. Und da sehen wir Punkt Nummer 1, haben wir ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, das haben wir Mikrobatterien. Das gibt von mir Schulnote 1, weil sie sind eigentlich in allem, was Akku drin hat, ist es drin. Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt? Ja, das glaube ich tatsächlich. Schulnote 1. Warum glaube ich das? Sie haben ja zum Beispiel die Batterien für die Apple Airpods, aber auch so in Hörgeräten. Überall stecken eigentlich diese ganzen kleinen Mikrobatterien. Und meines Wissens nach ist Vata da eigentlich fast ein Champion auf seinem Gebiet. Aber wie siehst du das? Punkt Nummer 3, kenne ich die Segmente, in denen das Unternehmen Geld verdient? Ja, das kenne ich. Auch hier wieder Schulnote 1. Wie gesagt, ich bin begeistert von diesem Geschäftsmodell. Erzieht das Unternehmen Umsätze und Gewinne in Regionen und Währungen, in denen ich investiert sein möchte? Großer Bereich Europa, dazu aber Großasien und USA so ein bisschen als Beibrot. Das finde ich relativ gut. Deswegen von mir Schulnote 2. Punkt Nummer 5. Eine Teilung nach Peter Lynch haben wir vorgenommen. Wir haben Fast Grow und deswegen geht es direkt zur Checkliste. Und da haben wir Punkt Nummer 1. Ist das Wachstum plus die Dividende höher als 7%? Weil wir wollen ja den Markt schlagen. Ja, 27,84, das gibt von mir Schulnote 2. Warum nur Schulnote 2? Weil das ist jetzt wieder die Fantasie. Und da muss man einfach sagen, wir haben ein sehr teures KGV von 44. Und da müsste meines Erachtens nach auch das Wachstum deutlich höher sein. So, es kommt aber bei mir mit auf die Watchlist. Ich würde es aktuell wie gesagt nicht kaufen. Und Schulnote, sehr gut. 1,4, insgesamt eine 1. Jetzt schauen wir uns an, was könnte denn für eine weitere Betrachtung sprechen. Als allererstes, wir haben starkes Wachstum, wir haben den steigenden Bedarf nach Batterien und der Petrovski F-Score 7 von 9 möglichen Punkten. Was könnte dagegen sprechen? Einmal der Levermann-Score 3 Punkte erhalten, also aktuell noch kein Kauf nach Levermann und wir haben ein sehr hoch bewertetes KGV. Jetzt interessiert mich aber natürlich wie immer deine Meinung. Hast du Warta im Depot? Hast du diese Rallye vielleicht mitgemacht? Schreib uns das doch mal in die Kommentare. Oben rechts kannst du abstimmen, ob das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt für dich ein Kauf ist und unten rechts kannst du kostenlos den Kanal abonnieren. Denk immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich versuchen diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.